Hallo und herzlich willkommen in Ilmenau. Mein Name ist Steffen und ich bin Student der Elektro- und Informationstechnik. Hier an unserer Technischen Universität kannst du aus vier Fachbereichen wählen. Die Wirtschaft, die Medien, die Naturwissenschaften oder die Ingenieurswissenschaften. Wir bieten dir die besten Aussichten für dein Studium. Ich zeige dir den Campus. Los geht's! Neben diesem wunderschönen Campus, auf dem alles innerhalb von 5 bis 10 Minuten erreichbar ist und dieser atemberaubenden Landschaft nennen wir uns gern Campusfamilie, da alle füreinander da sind und sich gegenseitig helfen. Selbst die Professoren sind stets in ihren Büros anzutreffen, falls du mal Fragen rund ums Studium haben solltest. In unserem größten Hörsaal, dem Audimax mit 600 Sitzplätzen, finden nicht nur Vorlesungen, sondern auch von Studierenden organisierte Veranstaltungen statt. Bei 19 Bachelorstudiengängen, 24 Masterstudiengängen und hat nur eine 1NC. Das bedeutet, bei uns findet absolut jeder seinen Platz. Studieren bedeutet nicht nur, den ganzen Tag Bücher zu wälzen und Aufgaben zu rechnen. Nein, für ein wenig Abwechslung sorgt Sport. Bei uns werden über 70 Sportkurse angeboten, angefangen von Akrobatik, Cheerleading, Parkour, über sämtliche Ballsportarten, Fußball, Basketball bis hin zu japanischen Kampfsportarten. Unser integriertes Fitnessstudio und die Tartanbahn bieten genügend Abwechslung für allen und jeden. Die Mensawiese ist ein zentraler Sammelpunkt, um gemeinsam essen zu gehen oder am Abend gemütlich ein Bierchen zu trinken. Man sieht hier sämtliche Studierendenwohnheime, bei denen mit knapp 2000 Apartments zu günstigen Preisen jeder Student seinen Platz findet. Wir haben vier Studierendenclubs auf dem Campus, an denen am Abend mindestens zwei geöffnet haben. Euch wird hier definitiv nicht langweilig. Neben einer Vielzahl an Laboren wie dem Hochspannungslabor, der Maschinenhalle oder weiteren Chemielaboren gibt es auch Projekte, an denen zukunftsweisende Technologie untersucht wird. Wie unter anderem im Thüringer Innovationszentrum für Mobilität. Hier wird durch Abschirmung elektromagnetischer Wellen die Elektromobilität in Verbindung mit Informations- und Kommunikationssystemen vereinigt. Das bedeutet, das Autofahren wird sicherer und komfortabler gestaltet. Ich hoffe, meine kleine Tour hat euch gefallen. Wir sehen uns bald wieder an der Technischen Universität Ilmenau. Bis dann!